Nach einer Serie von Vorstellungen in der ganzen Welt, in allen größten Theatern, La Scala, Metropolitan, mit fantastischen Partnern wie Carreras, eben wie Domingo, Pavarotti, es war mir immer eine besondere Freude, immer hier wieder im Liceo zu gestieren. Es herrschte eine absolute Atmosphäre, der höchste Professionalismus, Schönheit des Theatros, aber auch familiär. Und irgendwie hier funktionierte der Sinn des Kunstes von Herz zu Herz zu singen. Und nach doch ziemlich vielen Auftritten, die ich gehabt habe, durch Simone, mit Cappuccini, mit Hargal, mit Ballo in Maske. Capriccio bleibt bei mir eine besondere Erinnerung. Sehr große Freude und Ehre war für mich hier, Richard Strauss, meine geliebten Richard Strauss, nach Salzburg, hier darzustellen. Und hier haben sie mich aufgrund der Zeit. Machen Sie mich um das Ziel? Wie ist es? Ist das eine ultimately eine leavige Saul? Und wie ist es? Wie ist dieser Punkt? Wie ist die Idee? Hier ist die Idee? Das ist eine neue Menge.